Die Stadtwerke Jena-Netze ist der Infrastrukturdienstleister für Jena und die Regionen. Wir sind verantwortlich für die Versorgungssicherheit der Netze im Strom-, Gas-, Wasser- und auch Wärmebereich. Für mich ein regionaler Arbeitgeber mit geregelten Arbeitszeiten. Es gibt eine Vielzahl von betrieblichen Sonderleistungen. Du hast auch viel Verantwortung. Wenn einem was schiefläuft, dann kann das auch größere Auswirkungen haben. Also da ist ja nicht nur Papier, Stau und Drucker, sondern unter Umständen halt ein halber Stadtteil stromlos. Das merkt man, wenn wir große Störungen haben. Die fühlen sich ja wirklich dafür verantwortlich. Das ist nicht nur ein Job. Wenn man zum Schluss sieht, dass das mit einem guten Team richtig gut klappt, auffüllt einen das irgendwie selber. Man hat alle vier Wochen ungefähr Rufbereithaft zusammen mit einem zweiten Kollegen. Das ist natürlich gut, wenn man ein bisschen handwerkliches Geschick mitbringt. Technisches Interesse. Man sollte auf jeden Fall wetterfest sein. Man sollte jetzt nicht Angst haben, sich auch mal schmutzig zu machen. Wenn auch du ein wichtiger Teil der Daseinsvorsorge für Jena und die Region sein möchtest, dann bewirb dich jetzt.